Jo, hallo Leute, hier ist euer Table Channels Gamer, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Think. Mal wieder hier, ich hab mir gedacht, wir reden einfach mal wieder ein bisschen drauf los. Ich hatte ja das letzte Informationsvideo gemacht von dem Hantelmann und hab da auch so ein bisschen über Wissenschaft gesprochen und da haben viele von euch dann gesagt, doch, die Wissenschaftsvideos, die gefallen uns ganz gut und ich hab gemerkt, okay, es gibt doch viele Menschen da draußen, die diese Videos gucken, die aber einfach keinen Kommentar schreiben, weil sie denken, ja, da stimme ich mit drüber ein oder weil sie darüber noch nachdenken oder was auch immer und meistens sind es die Leute, die am wenigsten Ahnung haben und die am wenigsten irgendwie was, ja, Argumentatives übrig haben, die dann Kommentare schreiben, obwohl es da natürlich auch Ausnahmen gibt. Ich hab zum Beispiel unter dem Video zu den Geschlechterunterschieden heute noch einen sehr schönen Kommentar bekommen von einer Psychologiestudentin. Das fand ich sehr gut, weil sie auf den Inhalt des Videos eingegangen ist und auch wirklich versucht hat, alternative Erklärungen zu geben und mich da sozusagen ein bisschen argumentativ herausgefordert hat. Das finde ich sehr gut, sowas mag ich sehr, wenn jemand wirklich argumentativ an die Geschichte rangeht und sagt, ja, aber guck mal, hier sind die und die Argumente, was sagst du denn dazu, was ist denn mit diesen Argumenten? Das finde ich sehr gut und deswegen habe ich mich da auch sehr drüber gefreut und ja, wenn ihr sowas macht, könnt ihr das gerne machen, gerne Kommentare schreiben zu sowas. Heute möchte ich einfach mit euch ein bisschen labern, euch ein bisschen von meinen Gedanken in der letzten Zeit erzählen, wird also so ein kleiner Podcast hier, in dem wir über alles reden, über alles, was mir gerade einfällt, wo ich gerne mal so drüber reden möchte. Habe ich ja früher öfter gemacht, dazu waren ja die The Binding of Isaac-Folgen immer da, die waren eigentlich immer recht gut. Das Erste, über das ich heute mit euch reden möchte, ist eigentlich auch nochmal so ein bisschen über dieses Wissenschaftsding, weil ich frage mich wirklich, ich frage mich, wo das herkommt und wie unsere, in welche Richtung unsere Gesellschaft in letzter Zeit so ein bisschen driftet. Ich habe nämlich das Gefühl, wir haben gerade politisch natürlich schwierige Zeiten, ja, politisch gesehen ist das momentan auch in Deutschland sehr komisch, sage ich mal. Wir haben die AfD als neue Partei, die sehr großen Zuspruch hat. Wir haben die Grünen, die auf einmal in den letzten beiden Wahlen nach oben geschossen sind, wo keiner weiß warum, weil da fehlen die Inhalte irgendwie so ein bisschen und die Inhalte, die die haben, die sind auch irgendwie so ein bisschen, ja, was heißt, komisch. Also die gehen halt voll auf diese globale Erwärmungsgeschichte und Umweltsachen da und das ist halt auch so ein Thema, was ich nicht richtig verstehen kann, warum Leute sich davon anziehen lassen. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, vielleicht habt ihr dazu Ideen, die mir da irgendwie eine Erklärung für so ein bisschen geben können, weil bei mir ist es zumindest so, ich liebe Wissenschaft, wie ihr wisst, ich wirklich liebe das. Ich habe schon in meinen früheren Videos, die ich gemacht habe, Let's Plays in den Mario Galaxy Teilen, haben wir schon angefangen, habe ich angefangen über Physik zu reden. Ich habe euch dann auch auf YouTube mitgenommen sozusagen durch mein Schülerstudium. Ich habe ja Schülerstudium Physik für ein Jahr gemacht. Naja gut, das eine halbe Jahr war nicht ganz so seriös, aber ein halbes Jahr habe ich es wirklich sehr seriös gemacht und habe dann auch meine Prüfung in Optik bestanden mit einer 4.0. War jetzt nicht die beste Note, aber mein Gott, ich war zwei Jahre in der 11. Klasse habe ich das gemacht. Ich war im Grunde fast drei Jahre zu früh. Also insofern, hey komm, ja, hey komm. Da gab es noch viele Dinge in der Mathematik, die ich noch nicht wusste. Wenn ich die gewusst hätte, hätte ich noch ein bisschen was besser gemacht. Auf jeden Fall interessiere ich mich, habe ich mich schon immer dafür interessiert, wie funktioniert die Welt und was mich persönlich sehr, sehr interessiert und auch am meisten interessiert, ist die Frage, wie funktioniert die Welt in ihren Grundstrukturen sozusagen. Warum machen Menschen das, was sie machen? Warum funktionieren gewisse Handlungsstrategien in der Welt und warum funktionieren die nicht? Und da habe ich eben in der Physik so ein bisschen angefangen. In der Physik kann man natürlich bis ins kleinste Detail zu den Quarks gehen, in die Quantenwelt und da passiert im Grunde das, was unsere Welt im Grundlegendsten zusammenhält. Da gibt es dann verschiedene Ideen für Weltformeln und sowas. Weiß man ja auch noch nicht so. Es ist schwierig, das zu überprüfen. Und was mich aber, was ich dadurch gelernt habe, durch diese Beschäftigung mit dem absoluten, ja, Anfang von allem in der Physik und auch in der Mathematik ist, sorry, jetzt mal kurz husten, ist, dass es im Grunde, dass wir es im Grunde nicht wissen. Also die Quantenwelt ist ja sowieso sehr, beruht alles auf Wahrscheinlichkeiten. Na gut, da kann man argumentieren, das kann nur daran liegen, weil wir noch nicht alles Wissen haben und es kann sein, dass wir in 100 Jahren auch diese Quantenphänomene genau erklären können, weil wir mehr wissen, aber das weiß halt niemand, ob das so ist oder ob das nicht ist. Das Beste, was wir haben, ist eben die Quantengeschichte oder das Kleinste, was wir erkennen können, ist die Quantengeschichte und das, da kennen wir halt nur Wahrscheinlichkeitsgesetze, so ungefähr. Aber was mich damals geschockt hat in der Uni, ist, als ich verstanden habe und gelernt habe, dass am Ende des Tages alles und alle, jede Theorie, die wir haben, auf Axiomen beruht und Axiomen nicht beweisbare Grundsätze sind. Die Mathematik ist ein System, welches sehr, sehr gut funktioniert, aber in ihren Grundannahmen beruht sie auf Axiomen und diese Axiome kann man nicht beweisen. Es gibt nicht beweisbare Dinge. Das heißt, man muss wirklich Grundannahmen machen, von denen man ausgeht, die sind so solide, es gab noch nie, wir haben noch nie, alle Menschen zusammen auf der Welt haben noch nie in der Geschichte irgendein Phänomen beobachtet, was diesen Grundsätzen widerspricht. Das heißt, das ist wirklich das sicherste an Aussage, was wir sozusagen haben können. Aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Was aber nicht heißt, dass man deswegen einfach machen kann, was man will und wenn man vom Hochhaus springt, dann stirbt man nicht, weil es gibt natürlich eine ganz kleine Restchance, die sagt, man stirbt nicht, je nachdem, wie man aufkommt, wie sich das verteilt oder vielleicht kommt zwischen, während man fällt, kommt jemand und rettet einen oder was weiß ich nicht alles. Aber wir können mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass wenn wir vom Hochhaus springen, dass wir tot unten ankommen. Das heißt, es gibt Dinge in unserer Welt, die sind so sicher, nicht hundertprozentig sicher, aber so sicher, dass wir in unserem Alltag einfach davon ausgehen, dass sie wahr sind, wie eben die Gravitation. Wir gehen jeden Tag, wenn wir aufstehen, wenn wir schlafen, unser Körper, wir gehen davon aus, dass es die Gravitation gibt und wir können uns kein Leben ohne diese vorstellen oder dass die Sonne morgens aufgeht. Wir sind uns so sicher, dass das funktioniert. Wir wissen zwar, dass das irgendwann in Millionen, Milliarden Jahren nicht mehr der Fall sein wird, aber zumindest für unsere Zeitspanne, in der wir leben, wir sind uns so sicher, dass das funktioniert und das hinterfragt auch keiner und das ist sozusagen unsere, wie soll man sagen, objektive Realität, könnte man das nennen. Das ist die objektive Realität und in dieser objektiven Realität existieren Dinge und auf diese Dinge haben wir einen gewissen Zugriff. Wir haben keinen hundertprozentigen Zugriff, das ist das, was Kant, Immanuel Kant, der Philosoph, große deutsche Philosoph, im Preußen, im Königsberg hat er gelebt, was er zum Beispiel gesagt hat oder was sein Lebenswerk ja auch auszeichnet, dass er sagt, die Dinge, wir können die Dinge, wir können das Ding an sich nicht erkennen. Wir können die Dinge nicht so erkennen, wie sie wirklich sind. Und es stimmt natürlich in gewisser Weise auch, aber es heißt nicht, dass wir uns die Dinge einfach ausdenken alle nur und das, was wir wahrnehmen, nichts mit der objektiven Realität zu tun hat. Denn das, was wir wahrnehmen, hat schon was mit der objektiven Realität zu tun. Wir filtern natürlich ganz viel von den Dingen. Ich meine, in der Welt, da gibt es so viele Informationen, die wir theoretisch aufnehmen können. Wir nehmen aber nicht alle Informationen auf, sondern wir filtern Informationen, die wir aus der Welt bekommen und ordnen die, je nachdem, was uns am wichtigsten ist. Ja, das, was für mich am wichtigsten ist, darauf achte ich in meiner Welt, das nehme ich wahr. Für andere Menschen sind andere Dinge wichtiger und deswegen nehmen die auch ganz andere Dinge wahr. Und deswegen kommt man auch zu verschiedenen Interpretationen, wenn man Bücher liest oder Filme sieht, weil man immer nur darauf achtet, was ist für mich am wichtigsten, wonach suche ich und man sucht immer nach irgendetwas und dann zieht man das raus. Aber trotzdem ist es eben nicht, also trotzdem ist es so, dass wir irgendwie im Dialog mit dieser objektiven Realität stehen. Denn wenn wir Dinge in der objektiven Realität nicht richtig vorhersagen, dann sterben wir. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was Evolution macht. Denn Evolution hat die, eine der bewährtesten Strategien in der Evolution ist es, dass Organismen ganz viele Nachkommen bekommen. Ganz, ganz viele tausende, hunderte Nachkommen bekommt man und dann schaut man, schaut die Evolution sozusagen, welche Nachkommen schaffen es, welche Nachkommen überlegen, überleben und die meisten sterben aber. Ja, die Evolution und Natur ist so grausam, weil die meisten Organismen, die sterben. Die sterben einfach weg. Und nur die Organismen, die über die objektive Realität sozusagen gute Vorhersagen treffen, die überleben. Und das ist bei uns im Grunde, es ist Wahnsinn, dass so wenig von uns eigentlich sterben. Die meisten Menschen bei uns, die sterben halt dadurch, dass sie zu alt sind und dann irgendwann ist halt vorbei. Aber bei der Geburt und so, die Kindersterblichkeitsrate und auch die Sterblichkeitsrate bei der Geburt von Mutter und Kind, die sind in den letzten Jahrhunderten und vor allem auch in den letzten Jahrzehnten, egal in welchem Land er ist, es ist so stark zurückgegangen. Und es ist so eine riesengroße Errungenschaft, die wir als Menschheit da gewonnen haben, dass wir das schaffen, dass unsere Predictions, unsere Vorhersagen über die Welt so gut geworden sind, so heftig gut geworden sind, dass nur noch ganz wenige Menschen, jetzt mal im Vergleich zu früher, an so banalen Sachen sterben. Und das ist wirklich eine große Errungenschaft. Und das macht die Evolution im Grunde auch immer. Und deswegen glaube ich, und das ist auch mein Punkt gegen diese ganze Sozialkonstruktivismus-Geschichte, die gerade auch in den Humanwissenschaften, in Geisteswissenschaften, Soziologie und so weiter und so fort aufkommt und auch in Teilen der Psychologie, ist eben, weil die sagen, nee, alles ist ein Social Construct und auch die Sprache ist komplett sozial konstruiert. Und die Sprache ist aber, wie wir eben auch schon so ein bisschen hatten, ist auch im Grunde so ein Werkzeug, um mit der objektiven Realität in Verbindung zu treten und um auch mit anderen Individuen in Verbindung zu treten, um sich eben dann über die objektive Realität auszutauschen und bessere Vorhersagen machen zu können. Wenn ich Baum, wenn ich Gegenstände benennen kann oder wenn ich Leute vor etwas warnen kann oder so, da sterben viel weniger Menschen durch. Das hilft mir total viel beim Überlegen. Und deswegen natürlich, es gibt verschiedene Sprachen auf der Welt, aber viele Sprachen sind sich von der Struktur her relativ ähnlich. Es gibt so verschiedene Sprachgruppen, die haben dann sich ähnelnde Strukturen und die Wörter sind vielleicht auch anders, aber im Grunde bezeichnen wir mit der Sprache immer Dinge und treten sozusagen immer in Wechselwirkung auch mit so einer objektiven Realität. Und die Sprache hilft uns, dabei bessere Vorhersagen über die Realität zu machen und uns besser in dieser zurechtzufinden. Und Sprache ist auch nicht absolut 100% willkürlich, denn es gibt, ich meine, ich habe innerhalb meiner Laufzeit hier auf YouTube viele verschiedene Wörter erfunden, die es gar nicht gab. Ficke Lodschema zum Beispiel, das steht für Diamant. Ich habe viele verschiedene Wörter erfunden, aber nicht alle Wörter machen die Runde sozusagen. Nicht alle Wörter gehen in den Sprachgebrauch über. Von meinen Wörtern ist zum Beispiel gar nichts in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen, weil Ficke Lodschema ist einfach kein gutes Wort für Diamant. Diamant ist ein besseres Wort für Diamant. Das unterliegt auch einem evolutionären Prozess. Sprache ist immer evolutionär. Das heißt, Sprache repliziert sich sozusagen immer wieder, variiert auch und das sind eben diese neuen Wörter, die wir dann zum Beispiel in der Jugendsprache oft erfinden. Wir erfinden neue Wörter und gucken, wie passen diese Wörter? Passen die gut? Werden die benutzt? Beschreiben die irgendwas in der Wirklichkeit, was für uns junge Menschen von Bedeutung ist, womit wir irgendwas ausdrücken können, zum Beispiel das Wort geohnt. Geohnt aus dem Englischen irgendwie. Ja, was bezeichnet man damit? Da bezeichnet man, wenn man einen richtig kaputt macht in dem Videospiel. So, das ist ein neues Wort und das ist extrem nützlich, weil jeder, der sich mit der Materie so ein bisschen auskennt, der weiß, was geohnt ist und geohnt kann man dann auch relativ, ja, einfach verstehen, sage ich mal und dann ist das hier in den deutschen Sprachgebrauch auch einfach so übergegangen und wird auch im Internet dann benutzt. Und das ist halt auch so und das ändert sich vielleicht in Zukunft wieder, aber es beschreibt das, was man beschreiben will, eigentlich sehr, sehr gut. Und das ist nicht einfach zufällig, weil sich irgendjemand, ne, ich meine, ich kann ja wie gesagt auch heute wieder fünf neue Wörter erfinden oder zehn, was aber noch lange nicht heißt, dass all diese Wörter gut sind und dass all diese Wörter auch einen richtigen Bezug zur objektiven Realität haben und dann auch von Leuten benutzt werden. Deswegen, da haben diese Sozialkonstruktivisten, haben da ein großes Problem, weil sie können nicht wirklich erklären, warum ist die Sprache so geworden, wie sie geworden ist. Da gibt es evolutionäre Erklärungen, sehr, sehr gute, evolutionstheoretische, sehr, sehr gute, wie ich finde und die überzeugen mich auch vollkommen, aber die können das halt nicht richtig erklären, warum andere Wörter eher verwendet werden als dann wieder andere. Ja, und das sieht man ja auch, die versuchen dann Genderpronomen irgendwie einzuführen. Wenn Genderpronomen, wenn die sinnvoll wären, dann wären die schon links im Sprachgebrauch irgendwie drin. Aber es ist nicht sinnvoll, so viele Genderpronomen für total wenig Leute zu haben, sage ich aber, das ist einfach nicht sinnvoll, sowas setzt sich nicht durch und deswegen müssen die sowas auch ins Gesetz schreiben, weil wenn sie es nicht ins Gesetz schreiben würden, dann würde es halt sowieso niemand benutzen und ja, dann ist eh ein Problem. Deswegen habe ich wirklich ein ganz großes Problem mit diesen Sozialkonstruktivisten, vor allem, weil die auch logisch in sich nicht schlüssig sind. Also die Theorie, die die da aufmachen, das ist alles logisch in sich nicht schlüssig. Auch diese Identity-Politics-Geschichte, ja, dass man immer wieder sagt, White Privilege zum Beispiel. Die weißen Cis-Männer sind viel privilegierter als die Afrikaner zum Beispiel, ja. Aber was die, die werfen einem dann vor, dass wir als weiße Cis-Männer irgendwie Privilegien gegenüber anderen hätten und sagen wir auf der einen, auf der anderen Seite, alles, das ist auch sozial konstruiert irgendwie, diese Privilegien, die wir haben und wir müssen uns darüber bewusst werden und müssen das irgendwie gleich machen, aber dann ist die Frage, was ist, wenn du, wenn du eine schwarze, eine afrikanische Frau zum Beispiel bist, dann bist du ja, erstens, weil du Frau bist, wirst du unterdrückt, dann, weil du nicht weiß bist, wirst du unterdrückt, dann wirst du zweimal unterdrückt, gibt es dann Hierarchien im Unterdrücken und was macht man da wieder? Also die ignorieren irgendwie vollkommen, dass Hierarchien immer gebildet werden und die sagen einfach, wir wollen die Hierarchien wegbekommen und merken gar nicht, dass das nicht funktioniert, dass man diese Hierarchien gar nicht wegbekommt und das verstehe ich halt, also ich verstehe schon, wo das herkommt, das kommt nämlich vom Immanuel Kant, da kann ich euch das Buch Explaining Postmodernism, kann ich euch sehr empfehlen, von Stephen Hicks, der hat ganz genau aufgeschrieben, wo kommt diese, diese postmoderne Theorie, wo kommt die eigentlich her? Wo kommt dieser Gedanke her? Der geht dann auch auf Michel Foucault und Jack, irgendwas, Derrida, ich weiß nicht, wie sein Vorname heißt, auf Derrida ein, das waren wirklich sehr, ja, intellektuelle Franzosen, die aber wirklich das komplette, die kompletten Theorien, was wir bisher hatten und die den kompletten Rationalismus komplett pervertiert haben im Grunde und sich da was ausgedacht haben, was einfach nur ungeheuerlich ist, waren im Übrigen auch beides Kommunisten, gibt immer Leute, die bestreiten das, aber die haben das selber gesagt, ne, die waren auch in einer kommunistischen Partei für 1, 2, 3 Jahre oder so und dann haben sie auch gesagt, ne, das findet man nicht so gut, dann haben die die kommunistischen Ideen weiterentwickelt und unter anderem daraus entstanden dann nämlich eben diese Gender und Race Geschichte, ja, dass man, ich meine, Karl Marx hat ja Unterschieden in diese Bourgeoisie, ich will ganz nicht aussprechen, also in die Kapitalisten sozusagen, die das Geld haben, die die Produktionsmittel haben und dann in die Arbeiterklasse, ne, dann gibt es die Arbeiterklasse und er hat das alles auf diesen ökonomischen Unterschied und der böse Kapitalismus, das war Karl Marx, haben wir gesehen, hat er nicht recht mitgehabt, ja, und wer da widerspricht, hat einfach null Ahnung, und ich verstehe nicht, wie man da widersprechen kann, weil es ja die, wirklich die Wissenschaft ist ganz, ganz kristallklar darüber, dass der Kapitalismus das Beste ist, was uns jemals passieren konnte bisher, das heißt nicht, dass der Kapitalismus fehlerfrei ist, es gibt Probleme, aber der Kapitalismus ist das absolut beste System, was wir bisher haben und dass der Sozialismus in seiner reinen und extremen Form und dass der Kommunismus einfach nichts bringt, das sehen wir auch heute noch in Nordkorea, ich weiß nicht, ob ihr Bücher über Nordkorea, River in Darkness kann ich euch empfehlen, Nordkorea ist ein absolut kommunistisches Land, funktioniert nicht, kommunistische Idee, Sozialismus gescheitert, Venezuela, die Leute, die hungern zu Tode im Moment in Venezuela, weil dieses zentrale Planen einfach nicht funktioniert und Länder, in denen man den Kapitalismus eingeführt hat, nachdem der Sozialismus so extrem schief gegangen ist, die florieren ohne Ende, die produzieren viel, viel mehr Wohlstand als früher, die sind viel besser dabei, klappt alles super, alles wunderbar. Reiner Kapitalismus ist natürlich auch nicht gut, aber soziale Marktwirtschaft, das, was wir hier in Deutschland auch mitentwickelt haben, das ist einfach, es funktioniert sehr gut, es funktioniert sehr gut, es produziert Unmengen an Wohlstand, wirklich sehr viel Wohlstand, es geht uns allen sehr gut und selbst die, die verhältnismäßig armen Leute, die wir hier in Deutschland haben, das sind keine richtigen armen Leute absolut gesehen, wenn er das mal vergleicht mit Leuten, die wirklich richtig arm sind, in Afrika oder sonst irgendwo so und vor 100 Jahren waren viele, viele Deutsche noch viel, viel ärmer, also das, was vor 100 Jahren, wo man jetzt sagen würde, unter heutigen Standards, jemand, der arm ist in Deutschland, der wäre vor 100 Jahren, wäre der reich gewesen, so ungefähr, von den Standards, wenn man sich das mal so anguckt, also wir sind in den letzten Jahrzehnten, das hat alles extrem gut funktioniert und ich verstehe nicht, wie sich Leute dann immer noch hinstellen können und sagen können, ja aber, das damals war nicht der richtige Kommunismus, wir hatten in der Schule so einen, wirklich, ich erinnere mich ganz genau an ihn, er hat immer gesagt, nein, ich nehme gerade auf, nee, braucht mich nicht kurz, ich nehme gerade auf, ja, dann fragst du gleich, mein Gott ey, sind wieder meine Schwestern am Start hier, die raffen halt einfach nie, können nie, nie warten, auf jeden Fall, ähm, wo war ich denn jetzt, ja, hatten wir da immer so einen und er hat immer gesagt, nee, 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 das war nicht der richtige Kommunismus, denn das System wurde nicht richtig umgesetzt, Leute, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum ihr sowas sagt, ihr sagt dann meistens auch, ja, der Kommunismus ist eine Utopie, ja, okay, aber gerade weil es eine Utopie ist, hat es dann keine Daseinsberechtigung und schon mal gar nicht, probiert man sowas nochmal aus, wenn wir in der Geschichte in so vielen Ländern gesehen haben, dass es nicht funktioniert und wer sagt, aber unter Lenin und Stalin, das war auch nicht der richtige Kommunismus, denn die haben die Prinzipien nicht richtig umgesetzt, ja, dann, dann lies, dann informier dich doch mal, die haben genau die kommunistische Idee so umgesetzt, die mussten die kommunistische Idee von Marx ein bisschen ummodellieren, weil es so einen starken Kapitalismus in den Ländern noch nicht gab zu der Zeit, aber es hat null funktioniert und auch Maus China hat gar nicht funktioniert, das heißt, Sozialismus alleine funktioniert nicht, weil Sozialismus zum einen das Perito, Perito oder wie man es auf Deutsch auch ausschreibt, Pareto-Prinzip, wird es geschrieben, Pareto, ignoriert, Perito-Prinzip heißt einfach nur, wenn du Güter hast und die in der Gesellschaft sozusagen verteilst und sich frei verteilen lässt, dann hast du immer den Fall, dass eine Minderheit 80% ungefähr, ich weiß jetzt nicht die genauen Prozentsahl, aber auf jeden Fall einen Großteil dessen besitzt, was es gibt und dass der Rest relativ, ja, arm ist, was heißt arm, arm ist jetzt schon wieder so wertend, sondern dass der Rest halt weniger hat. So, das ist eine natürliche Verteilung, die ein Problem ist, die ein großes Problem für eine Gesellschaft ist und da müssen wir eben gucken, okay, wie gehen wir mit dieser Verteilung richtig um, wie erschaffen wir ein System, was dieser Verteilung ein bisschen entgegenkommt, weil ausschalten kann man diese Verteilung nicht. Das ist ja das, was der Kommunismus und der Sozialismus versuchen. Die versuchen, dieses Perito-Prinzip auszuhebeln, haben, und das zeigt, wie gesagt, Geschichte zeigt das, Venezuela, Nordkorea zeigt es auch noch heute, es funktioniert nicht, es geht einfach nicht, der Mensch ist nicht so beschaffen, dass das so funktioniert und das müssen wir akzeptieren und damit müssen wir arbeiten. Deswegen also Leute, die sagen irgendwie, nein, nein, das war nicht der Richtige und wenn ich das machen würde, dann würde das klappen oder so, wirklich, ganz ehrlich Leute, mit solchen Leuten diskutiere ich auch nicht mehr, weil die einfach gar keine Ahnung davon haben, was in der Geschichte passiert ist, weil sie nicht verstehen, weil sie den Menschen nicht verstehen, weil sie Gesellschaften nicht verstehen, das ist wirklich, und diese Leute sind, weißt du, wir beschweren uns in Deutschland immer über Rechte, Rechte sind ein großes Problem, aber diese Leute, die da von links kommen mit ihrem Kommunismus und so, die sind mindestens genauso ein großes Problem, wenn nicht sogar ein größeres, weil wenn man hingeht zu seinen Freunden und sagt, ja, aber was hältst du denn vom System, wo wir das besser verteilen würden in der Gesellschaft und wo alle das Grund, wie heißt das nochmal, allgemeine Grundeinkommen, nein, wie heißt das nochmal, bedingungslose Grundeinkommen, ist auch so eine Idee, bedingungslose Grundeinkommen, das ist schön und gut, aber das löst kein Problem, was wir haben, sondern stürzt uns noch mehr rein, weil Menschen, Menschen können mit Geld nichts anfangen, das was wir als Menschen brauchen, ist Bedeutung, wir brauchen einen Sinn für unser Leben und wenn wir den haben, dann verdienen wir auch genug Geld, um uns am Leben zu erhalten, weil wir dann arbeiten, weil wir eine Vision haben und weil wir uns reinhängen, ja, wenn du, da gibt es auch genug Studien zu, wenn du armen Menschen Geld gibst, dann ändert sich nichts, die kaufen sich noch mehr Drogen oder Drogensüchtigen zum Beispiel, du gibst denen mehr Geld und denkst dadurch, dass du denen eine Wohnung besorgst, einen Job besorgst oder sonst was, hören die auf einmal auf zu kiffen oder so oder sich Heroin zu spritzen und sind auf einmal glücklich, das bringt dir null, Geld bringt dir nichts, das stürzt die sogar nur noch mehr ins Verderben, weil die eben dann mehr Geld haben, um sich die Scheiße zu kaufen, das was die brauchen, ist irgendwie, sie müssen den Sinn in ihrem Leben erkennen, etwas wofür es sich lohnt zu kämpfen, wofür es sich lohnt, sich Mühe zu geben und auch Einsatz zu zeigen und das schafft man mit Geld nicht und deswegen wird auch das bedingungslose Grundeinkommen ist einfach, zumal gibt es da auch keine Langzeitstudien zu, die da irgendwas zu sagen, das einzige Experiment, was es in Finnland gab, wurde abgebrochen, glaube ich, weil man nicht genug Geld hatte oder sowas, also es ist ganz schwierig, auf jeden Fall diese Leute da von links, das ist auch eine ganz, ganz, ja, große Gefahr für unser Land, finde ich, weil da kommt auch diese Political Correctness Geschichte her, zum Beispiel, ja, Political Correctness und Free Speech, das ist auch sowas, wo ich mir denke, mein Gott, das können wir nicht machen, Frankreich jetzt, ich habe es gelesen, aus der Tagesschau habe ich gelesen, dass Frankreich jetzt Gesetze gegen Fake News erlassen hat, in Wahlkampfzeiten, das heißt, dass wenn Fake News stark verbreitet werden, dass man die dann durch ein Eilverfahren unterbinden kann, per Gericht, und sowas macht man nicht, sowas schreibt man nicht ins Gesetz, auch nicht in Wahlkampfzeiten, weil das Problem ist, was sind Fake News, was ist das, und wer entscheidet, was Fake News sind, ich meine, wir können uns darauf einigen, wenn jemand sagt, keine Ahnung, Feiertag XY ist an dem und dem Tag, und du kannst sagen, nee, da ist der aber nicht, okay, dann ist das eine Fake News, das ist relativ einfach und eindeutig, aber ab wann sind Fake News im politischen Diskurs Fake News? Zum Beispiel, innerhalb der Medien wurde vom UN-Migrationspakt, in der Debatte darüber, wurde oft von Fake News berichtet, wenn Leute den UN-Migrationspakt kritisiert haben, ich habe den auch kritisiert, und ich bleibe auch mal bei meiner Kritik, man kann diesen Pakt so interpretieren, und das ist keine abwegige Interpretation, sondern eine relativ lahliegende Interpretation, dass er ganz, ganz große, ja, Nachteile und Probleme verursacht. So, und wenn, das ist bei diesem Text legitim, wie gesagt, das ist eine legitime Interpretation, wenn das als Fake News betitelt wird, dann ist das ein Riesenproblem, weil das sind keine Fake News, das ist eine Meinung, und diese Meinung sollte man auch hören, und Gehör schenken, und über diese Meinung sollte man diskutieren, und am Ende sollte der gewinnen, der die besseren Argumente hat, aber wenn dann jemand hingeht und sagt, nein, das sind alles Fake News, hm, ganz schwierig, wenn wir das in Deutschland machen, Frankreich wird dafür noch bitter bezahlen, denke ich mal, in der Zukunft, weil das ist ein schleichender Prozess jetzt, die werden dann versuchen, wahrscheinlich immer mehr zu zensieren, und das ist ein schleichender Prozess, Hate Speech Gesetze sind schon Riesenfehler, wenn jemand andere zu Gewalt aufruft, dann ist das strafbar, war auch schon vor den Hate Speech Gesetzen, oder wenn es wirklich so, ja, weiß ich nicht, wenn jemand, ne, hier Gewalt androht, und sowas halt, ne, okay, aber alles andere, damit müssen wir als Menschen umgehen können, damit müssen wir auch lernen umzugehen, wir müssen lernen mit Kritik umzugehen, wir müssen das einfach lernen, denn wenn wir uns gegenseitig den Mund verbieten, dann haben wir ein viel größeres Problem, weil wir nicht mehr frei denken können, wir alle, ich, ob das ich bin, ob das ihr seid, wir tätigen am Tag mindestens einmal, wahrscheinlich sogar noch viel, viel öfter Aussagen, die falsch sind, die dumm sind, die vollkommen, keinen Grund haben, dass man sowas annehmen kann, das machen wir alle jeden Tag, weil es in unserer menschlichen Natur liegt, und in der Natur des Denken, sich zu irren, und Fehler zu begehen, und das auch zu sagen, und warum sollte jemand nicht das Recht haben, ein richtig dummes Argument zu machen, ja, das soll er doch machen, dann kriegt er darauf eine Antwort, und im besten Fall lernt er durch die Antwort was, aber wenn wir sagen, du hast ein scheiß dummes Argument gemacht, und das war einfach eine Falschaussage, die du da getätigt hast, vielleicht wusste derjenige das ja gar nicht besser, ja, und sagen dann, ne, dafür wirst du jetzt bestraft, weil das sind Fake News, die du da verbreitet hast, oder so, was ist mit Comedians, ab wann gehen Comedians zu weit, wer entscheidet dann, ab wann was Comedistisch, wie nennt man das denn, ab wann was Comedy ist, und ab wann was nicht, in England haben wir doch jetzt den Fall, da hatte jeder so einen Hitlerwitz irgendwie gemacht, der war vielleicht geschmacklos, aber der wurde dafür glaube ich sogar ins Gefängnis gesteckt, dass er diesen Hitlerwitz gemacht hat, obwohl er gesagt hat, ey, aber ich bin ein Comedian, das war ein Witzmann, ich meine das doch nicht ernst, das war humoristisch gemeint, und sagen, ne, das geht nicht, so Witze machen wir nicht, hm, was ist das, sowas macht man einfach nicht, sowas führt zu riesen Probleme, und das sind, ist die Art von, von Anfängen, die wir in der Geschichte, in jedem totalitären System, auch bisher gesehen haben, am Anfang stand immer, dass man Free Speech, die Redefreiheit Redefreiheit und die Meinungsfreiheit einschränkt, ne, und zwar langsam, da sind wir auch vollkommen dabei im Moment, auch wenn viele Leute das immer, weiß ich nicht, wenn ich sowas sage auf YouTube oder so, dann kommen immer viele, ja, aber wo denn TT? So, ja, geh mal auf Twitter und sag, dass es große Unterschiede teilweise zwischen Männern und Frauen gibt, und sag mal, dass es nicht 5000 Social Genders gibt, da wirst du gehatet ohne Ende, die Leute werden richtig sauer. Ja, wissenschaftlich gesehen ist die Sache relativ eindeutig, ne, also in den Details natürlich nicht, aber es ist relativ eindeutig, dass Geschlecht einen biologischen Anteil hat und ich meine jetzt nicht nur aus dem englischen Sex, also die Genitalien, sondern auch die Geschlechtsidentität kann nicht ohne den biologischen Part gedacht werden, das funktioniert nicht, dazu gibt es, Wissenschaft ist da ganz klar, ja, zumindest die Wissenschaft, die methodisch gut funktioniert, da sind wir wieder beim nächsten Thema, Methodik, möchte ich gleich auch noch was zu sagen, weißt du, es ist ganz klar, es gibt keine Social Genders, nicht diese 5 Millionen, die da irgendwie geclaimed werden, die behauptet werden, die gibt es einfach nicht, ja, das ist einfach ein Irrglaube, so ist das, ne, wie gesagt, kann man auch ganz wunderbar nachweisen, aber Leute interessiert das nicht, Leute interessiert das nicht, was in der Wissenschaft funktioniert, und Leute interessieren sich auch nicht für Wissenschaft, und das ist der nächste Punkt, Wissenschaft streitet sich ja auch, Wissenschaft ist ja auch nicht absolut, die ist nicht 100% richtig, wir können auch falsch liegen, aber Wissenschaft ist das Beste, was wir bisher haben, und ich persönlich für mein Leben orientiere mich am besten, was wir bisher haben, anstatt an irgendwas zu glauben, von dem wir keine Ahnung haben, klar kann ich damit Recht haben, es kann sein, dass ich eine Behauptung treffe, die nicht mit dem momentanen Wissenschaftsstand übereinstimmt, die trotzdem richtig ist, und die in 100 Jahren bewiesen wird, kann sein, aber die Chance, dass das passiert, ist relativ gering, ja, ist relativ gering, und die Chance, dass ich falsch liege mit so einer Behauptung, die ist noch viel, viel höher, die ist viel höher, es gibt in der Wissenschaft natürlich auch kontroversere Themen als andere, also zum Beispiel diese Gender-Geschichte, die ist sehr gut belegt, sehr, sehr gut belegt, Klimawandel ist nicht so gut belegt, habe ich letztens auch wieder interessante Diskussionen gehabt, ich möchte da jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, aber Klimawandel ist ein ganz schwieriges Thema, denn wenn ihr euch da mal in die Materie einarbeitet, ist ganz schwieriges Thema, viele, viele Leute, die überhaupt nichts mit Physik oder Klimaforschung oder so am Hut haben, sondern die irgendwo aus Sozialforschungsgebieten kommen oder so, die haben auf einmal Ahnung vom Klima, und die Modelle, die berechnet werden zur Klimavorausschauung, so sind auch ganz schwierig, Modelle, Modelle sind ganz, statistische Modelle ist ganz schwieriges Gebiet, es gibt nur eine Handvoll Leute auf der Welt, die das überhaupt richtig können, weiß ich nicht, 50, 100 Leute, die da vielleicht richtig, richtig krass von Ahnung haben, und ihr könnt ja mal, wenn ihr jemanden kennt, der Statistiker ist, der sowas macht, könnt ihr mal fragen, wie einfach das ist, so Korrelationen oder beziehungsweise Kausalitäten herzustellen, denn wenn man sieht, dass das CO2-Level hoch angestiegen ist in der Vergangenheit, vor Millionen Jahren oder so, können wir in den Eisbohrkern, können wir den CO2-Gehalt in der Atmosphäre rausbekommen, und dann auch sehen, dass die Temperatur ansteigt, heißt das noch lange nicht, dass die Temperatur wegen dem CO2-Gehalt angestiegen ist, es kann auch andersrum sein, es kann sein, dass der CO2-Gehalt wegen der Temperatur angestiegen ist, das ist eine Korrelation, eine Korrelation heißt nur, wenn zwei Dinge miteinander korrelieren, dass wenn das eine steigt, das andere auch steigt, so ganz allgemein und unwissenschaftlich gesagt, eine Kausalität, und das ist das, was wir in der Forschung haben wollen, was wir aber fast nie bekommen, eine Kausalität würde jetzt sagen, es ist eindeutig nachgewiesen, dass ein erhöhter CO2-Gehalt zu einer erhöhten Temperatur führt, und das ist nicht bewiesen in der Wissenschaft, das ist nicht bewiesen, wir haben hier nur die Korrelation, aber nicht die klare, eindeutige Kausalität, und das verstehen viele Leute auch nicht, und das verstehen auch die Medien, verstehen auch den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität eigentlich nie, kriegen das nie hin, das richtig auseinanderzuhalten, aber das ist so wichtig, das zu verstehen, und zum Beispiel die Klimamodelle, viele Modelle rechnen die Sonne auch gar nicht mit ein, rechnen die gar nicht mit ein, ich bin gespannt, wir werden sehen, was passiert, im Übrigen die Definition für Klima umfasst die letzten 30 Jahre, soweit ich informiert bin, die letzten 30 Jahre, Alter, das ist nicht lange, und wir haben auch noch gar nicht so lange Messwerte, und im Übrigen die Satelliten, die wir haben, die sagen, dass wir, ich glaube, in den letzten 20 Jahren keine Veränderung der Temperatur auf der Erde haben, in den letzten 20 Jahren ist die Temperatur konstant, die IPCC-Berichte sagen jedoch, dass wir eine Erhöhung haben, ja, die IPCC-Berichte stützen sich aber auf Messstationen auf der Erde, und nicht auf die Satellitendaten, und die Messstationen auf der Erde, die befinden sich eigentlich nie auf dem Land, sondern eher in den Städten, in den Städten wird es natürlich wärmer, warum, weil wir hier viele Gebäude haben, die Wärme auch ordentlich speichern, auf dem Land sieht das aber anders aus, da wird es nicht wirklich wärmer, sondern in einigen Regionen sogar kälter, ganz, ganz schwieriges Thema, und das meine ich immer, wenn ich mit Leuten diskutiere, die wissen das meistens alle gar nicht, es gibt ganz, ganz selten mal, dass ich mit Leuten schreibe auf YouTube oder diskutiere, und das sind die besten Diskussionen, die ich habe, die Ahnung von sowas haben, und mit dem kann man dann auch wirklich argumentativ richtig was austauschen oder so, aber mit den meisten ist das nicht möglich, weil die keine Ahnung von Korrelation, Kausalität oder sowas haben, aber über sowas müsst ihr euch informieren, wenn ihr über solche Dinge irgendwie reden wollt, das funktioniert ansonsten nicht, ansonsten könnt ihr eine Meinung dazu haben, aber solltet nicht irgendwo hingehen und sagt, ja, aber so und so ist das, wenn man da, und ich rede meistens von Dingen, wenn ich was auf Twitter poste, oder wenn ich hier ein Video mache, ich rede von Dingen, mit denen ich mich befasst habe, weil ich von anderen Dingen, warum rede ich nicht über Medizin, weil ich keine Ahnung von Medizin habe, deswegen rede ich nie über Medizin, weil ich null Ahnung davon habe, sondern ich rede von Dingen, die mich interessieren, mit denen ich mich beschäftige und von denen ich ein bisschen Ahnung habe, ich bin kein Experte, aber so ein bisschen Ahnung habe ich und wahrscheinlich auch in den meisten Dingen, mit denen ich mich beschäftige, ein bisschen Ahnung mehr als der Durchschnitts- YouTube-Zuschauer oder was weiß ich nicht alles, aber wenn man mir mit einem guten Argument kommt, bin ich sofort dabei, aber zur Methodik wollte ich jetzt am Ende noch was sagen, ich muss nämlich gleich schon weg, ich trinke mal was, Methodik ist eine sehr, sehr schwierige Sache in der Wissenschaft. Was ist die Methodik? Methodik ist, also wenn ihr Forschung betreibt, müsst ihr erstens eine Erkenntnistheorie haben und zweitens eine Methodik. Was ist die Erkenntnistheorie? In der Erkenntnistheorie legt ihr fest, wie ihr die, ja, was sozusagen die Welt ist, die ihr erkennen könnt oder was ihr glaubt, wie man die Welt erkennen kann. Physik zum Beispiel sagt, wir gehen davon aus, wir postulieren eine objektive Realität, auf die wir als Physiker Zugriff haben. Das nehmen die an, das ist deren Erkenntnistheorie sozusagen, die nehmen an, dass die Zugriff auf die objektive Welt haben und dass die die objektive Welt erkennen können durch Messungen. Die Messungen sind jetzt sozusagen die Methoden. Denn wie versucht man etwas in der Welt zu erkennen? Durch seine Methoden. Aber die gehen in der Erkenntnistheorie eben schon mal davon aus, dass wir als Menschen in der Lage sind, etwas über die objektive Welt erkennen zu können. Das ist schon mal ein großer Schritt, weil da gehen nicht alle von aus. Beziehungsweise haben sich viele Wissenschaftsdisziplinen darüber auch gar keine richtigen Gedanken gemacht, wie zum Beispiel die Soziologie. Die lässt das oft vollkommen außen vor. Viele zumindest. Und dann geht man hin und sagt Methode. So, meine Methode, in der Physik ist das relativ einfach, Messinstrumente. Man versucht, seine Messinstrumente zu verbessern und, ja, dann versucht man etwas zu messen. Und dann, und das ist der schwierige Part, muss man gucken in der Forschung, dass das, was man misst, auch wirklich das ist, was man messen wollte. Und, man muss klarstellen oder versuchen, die Bedingungen und alles so herzustellen, die Methode so zu wählen, dass man möglichst wenig Störfaktoren drin hat. Ja, wenn du mit Lasern misst, dann hat das Medium, in dem du misst, schon Einfluss. Messe ich einen Laser in Glas, versuche ich das in Vakuum, mache ich das in Luft, in Wasser, das hat alles schon wieder Einflüsse auf das, was man misst und kann die Messergebnisse verfälschen. Und diese Verfälschungen muss man dann hinter diesem Messfehler muss man rausrechnen. Das ist in der Physik und in der Physik noch relativ einfach, sage ich mal, weil die Methoden sind mathematisch sehr, sehr genau und sehr, sehr klar. Und das ist alles noch okay. Ja, deswegen können wir Häuser bauen. Wir können Häuser bauen, weil wir Statik und sowas haben. Das ist im Grunde alles Physik. Man kann alles genau berechnen. Das sind alles Vorhersagen, die wir über die Wirklichkeit machen. Wir sagen, wenn wir das Haus so bauen, dann bleibt das stehen für Minimum so und so viele Jahre und dann passiert das auch. Dann bleibt das auch stehen. Also wir können richtig, richtig gut durch die physikalischen Kenntnisse, die wir haben, oder PC. PC ist im Grunde ein Physikmonstrum. Die Vorhersagen, die wir da treffen können, sind so genau und es funktioniert so gut über Jahrzehnte und Jahre hinweg so exakt. In der Soziologie ist das anders. Wenn es um das Handeln von Menschen geht, ist das anders. Ganz anders. Weil es spielen so viele Faktoren eine Rolle, die kann man nicht alle berechnen. Es gibt keine Mathematik, keine klare. Theoretisch, beziehungsweise die gibt es schon. Man kann Differenzialgleichungen auch zu sozialem Verhalten aufstellen. Das sind dann aber riesige Differenzialgleichungen, für die keiner mehr eine Lösung hat. Die kann man nicht mehr lösen. Die können selbst die besten Supercomputer, die wir haben, die können die nicht lösen. So, das heißt, das bringt uns nichts, weil da bekommen wir aus der Mathematik nichts raus. Das heißt, das Einzige, was wir haben, sind im Grunde Beobachtungen. Und da gibt es eben jetzt diese zwei Richtungen in der Soziologie, die qualitative und die quantitative. Die qualitative sagen, wir versuchen über Interviews, Interviews sind unsere Methoden, Interviews von Leuten etwas herauszuprobieren. Super schwieriges Feld, da eine Kausalität rauszubekommen. Super schwierig, auch eine Korrelation, denn niemand weiß, ist die Korrelation nicht unter anderem dadurch zustande gekommen, wie du, welche Fragen du gefragt hast, wie du gefragt hast und so weiter und so fort. Das richtig krass zu machen, sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Wirklich ganz schwierige Forschung. Dann gibt es aber noch die quantitative Methoden, das ist die Statistik. Das sind die Statistiken, die in Soziologie gemacht werden und die sind schon genauer. Damit kann man zwar nichts mehr über den Einzelfall aussagen, aber ihr könnt damit was über Menschengruppen aussagen, über Gruppen und Gesellschaften. Und in der Statistik gibt es, und das ist eben auch das Standardverfahren, was in der Psychologie zum Beispiel benutzt wird, deswegen rechnet man auch viel in der Psychologie und hat auch Statistikvorlesungen. Denn Statistik ist sozusagen das Beste, was wir haben. Damit kann man die besten Korrelationen und vielleicht, wenn man Glück hat, auch Kausalitäten herausfinden. Aber das ist so verdammt kompliziert auch, denn die Daten, die ihr erhebt, die Fragebögen, die ihr dann vielleicht macht, wo ihr Ja oder Nein oder sowas klicken könnt, ja, keine Interviews, sondern so Ja, Nein, Multiple-Choice-Fragebögen oder sowas, die können ja auch wieder beeinflusst werden. Aber da gibt es in der Statistik, über Jahre hinweg haben sich da viele schlaue Köpfe Gedanken drum gemacht, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Methoden, mit denen man solche, ja, Fehler oder Beeinflussungsfaktoren rausrechnen kann. Und wenn man das richtig macht, ist das wirklich sehr kompliziert. Es ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Da bin ich dann auch raus, wenn es da ins Detail geht, vom Mathematischen her. Keine Ahnung. Es ist sehr, sehr kompliziert. Aber ich habe einen sehr guten Freund, der das macht und es ist sehr interessant. Und der erzählt mir dann auch schon mal, was er da macht und so. Sehr interessant. Auf jeden Fall kann man dann schon durch diese Methodik, durch die statistischen Methoden, sehr gut Messfehler rausrechnen und kann schon zu relativ guten Aussagen über Gesellschaften und Wirklichkeiten kommen. Und dieses Gender-Video, was ich gemacht habe, zum Beispiel mit den Unterschieden zwischen Mann und Frau, das beruht eben auf so einer statistischen Methode, wo man die Messfehler sozusagen, die Beeinflussungsfaktoren, alle bestmöglich rausgerechnet hat. Das ist wirklich das Beste an Wissenschaft von der Methodik her, was wir bekommen können. Und ist auch schon ein paar Mal repliziert worden. Also es ist nicht die einzige Studie dazu, sondern andere haben versucht, das nachzumachen. Hat geklappt. Das ist und mit einem riesigen Korrelationsfaktor, ja, unfassbar, das ist das Beste, was wir auf dem Gebiet bekommen können momentan. Besser geht es nicht, besser wird es nicht, weil bessere Methoden und bessere Mittel haben wir momentan nicht. Und wenn dann Leute immer noch sagen, ja, aber, aber, dann denke ich, okay, alles klar, es ist das Beste, was wir momentan bekommen können. Und das ist eben schwierig, weil viele Leute verstehen das nicht und was viele Leute auch nicht verstehen, weil sie nicht in der Uni arbeiten und nicht in der Uni tätig sind, Forschung ist nicht gleich Forschung. Viele, das Problem, was ihr in der Forschung habt, ist, euch interessiert vielleicht ein Thema und ihr wollt zu diesem Thema forschen. Das heißt aber noch lange nicht, dass euch jemand Geld gibt, um dieses Thema zu erforschen. Das ist nämlich das große Problem und das ist auch bei den Physikern das Problem. Für die Klimaforschung werden Milliarden rausgegeben. Milliarden. Wenn du sagst als Physiker, ich mache Klimaforschung, kriegst du relativ sicher einen Job. Wenn du aber sagst als Physiker, ich mache dies und das irgendwie, was dich interessiert und da sieht jetzt keine Firma oder kein Institut, was irgendwie Geld für Forschung gibt, sieht da irgendwie einen Sinn drin, dann kannst du ja ein bisschen arbeitslos. Das heißt, Forschung ist schon auch ein bisschen davon geprägt, was wollen die Leute, was interessiert die Leute, die das Geld geben, wo kommt das Geld her. Und diese Social Science Geschichte, diese Gender Geschichte, gibt unglaublich viel Geld. Was nicht heißt, dass da Leute sitzen, die Ahnung von der Methodik haben und richtig forschen können. Meistens nämlich überhaupt nicht. Die meisten da können überhaupt nicht gut forschen. Das ist eben das große Problem, dass die es gar nicht können. Die haben einfach nicht das Know-how dazu. Und das ist das, was mich immer stört. Weil ich meine, ich bin jetzt fünf Jahre in der Uni und ich würde sagen, ich habe mehr als der Durchschnittsstudent wirklich, weil mich es einfach mega interessiert, zu Methoden gelesen und mich damit befasst und war oft bei Professoren, habe mit denen gesprochen. Und man merkt auch einfach in diesen, auch bei uns am Lehrstuhl teilweise, dass es Leute gibt, die haben keine Ahnung von Methoden, die kennen sich damit gar nicht richtig aus, sondern die machen das einfach nur, weil es ihr Job ist und die haben vielleicht auch nicht immer so ein hundertprozentiges Interesse am Forschungsthema, aber die machen das, weil es ihr Job ist. Und wenn du es richtig, richtig machen willst, du brauchst wirklich Leidenschaft. Du brauchst Leidenschaft. Es ist so ätzend, richtig Forschung zu machen, weil es so schwer ist. Ja, weil es so schwer ist, wirklich das richtig zu machen und weil du erst mal statistische Methoden lernen musst, da haben die meisten schon keinen Bock drauf. Die meisten Leute in den Soziologie-Departments, obwohl Soziologie da noch eine Ausnahme ist, aber diese ganzen Linguistik-Sachen und so, die können alle keine Statistik. Die machen da irgendwas, die machen da irgendwas und dann schreiben die ihre Forschungspaper und ja, da gab es ja letztens erst in Amerika wieder so eine Gruppe von drei Leuten, die das ein bisschen exposed haben, sage ich mal. Die haben einfach, die haben wissenschaftliche Artikel über die Rape-Culture von Hunden geschrieben, also über die Vergewaltigungskultur von Hunden. Was? Ja, vollkommener Bullshit. Die haben einfach irgendwas zusammengeschrieben und wurden bei renommierten, relativ renommierten wissenschaftlichen Magazinen akzeptiert. Was? Ja, da siehst du, selbst wenn das in einem wissenschaftlichen Magazin erscheint, dann, hm, weiß ich nicht immer, außer Nature und Science, das sind die beiden größten und die beiden renommiertesten und die beiden, wo man wirklich am meisten drauf geben kann, aber bei allen anderen musst du schon ein bisschen aufpassen teilweise, je nachdem, wo du bist. Super, super schwieriges Thema und deswegen bin ich halt immer so, wenn mir jemand sagt, ja, aber Studie XY hat das gesagt. Sag ich, ja, gib erst mal die Studie. Ich gucke mir das erst mal an, ja, ich gucke mir erst mal an, wie die gemacht worden ist, was da gemacht worden ist, was die am Ende rausbekommen haben sollen, weil es eben so unglaublich schwierig ist und weil ich auch weiß, dass es so unglaublich schwierig ist. Und was mich immer aufregt ist, aber es ist auch vollkommen klar, weil viele Leute beschäftigen sich damit nicht, ist dann, dass Leute einfach immer Aussagen tätigen oder versuchen zu widersprechen oder sonst irgendwas, ohne wirklich gute Argumente zu haben. Wenn ich jemandem widerspreche, dann habe ich ein Argument und dann haue ich das Argument raus und gucke, wie antwortet der auf mein Argument. So, und wenn der ein gutes Argument hat, dann kann der mich sofort überzeugen. Ey, bin ich sofort dabei, lasse ich mich sehr, sehr gerne überzeugen und sage, oh, okay, da war ich wohl nicht richtig. Da muss ich nochmal nachlesen. Da muss ich nochmal gucken, was ich denn da eigentlich, wie funktioniert das, ne, oder so. Bin ich sofort dabei, aber das meiste, was ich hier auf YouTube antreffe, ist wirklich argumentativ nicht gut, sehr, sehr schlecht, würde ich einfach mal sagen und deswegen mache ich auch diese Videos und möchte auch in der nächsten Zeit mehr Podcasts machen, um euch das Wissen, was ich habe, weiterzugeben, damit ihr einfach bessere Argumente formulieren könnt, ja, und wenn ihr schlauer seid als ich, dann schreibt mir, damit ich bessere, damit ich lerne, wie man bessere Argumente formulieren kann. Mir kommt es nicht so sehr darauf an, Recht zu haben, sondern mir kommt es eher darauf an, was Neues zu lernen. Aber es ist so schwierig, was Neues zu lernen, wenn eben nicht Leute da sind, die viel, viel besser und krasser sind als man selber. Also damit will ich jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ich bin jetzt ein arroganter Sack irgendwie, der sagt, jo, ich bin viel besser als X oder Y. Aber wie gesagt, bisher habe ich wirklich wenig Leute getroffen, die, ja, die mich irgendwie überzeugen konnten von einem guten Argument oder die sich auch so sehr damit beschäftigt haben. Ja, und wenn es so jemanden gibt, klar, bin ich vollkommen dabei, aber wenn jemand ideologisch verseucht ist, bin ich nicht dabei. Auf keinen Fall. Ja, und das ist zum Beispiel auch so, keine Ahnung, wenn ich da auf Twitter manchmal schreibe, manche sagen dann, ja, ja, tschi, tschi, du bist du mittlerweile auch so ein bisschen, irgendwie in Richtung AfD oder so. Überhaupt nicht. Ich würde mich politisch auch gar nicht so wirklich einordnen. Sondern, was ich mache ist einfach, ich gucke, was haben wir an Informationen und was erscheint mir aufgrund dessen, was ich gelesen habe und was ich durchdacht habe, am sinnvollsten. Und mir erscheint es zum Beispiel nicht sinnvoll, alle Flüchtlinge nach Deutschland zu lassen und alle Immigranten. Nein, es erscheint mir überhaupt nicht sinnvoll, gerade weil ich mit einer Ausländerin verheiratet bin, gerade weil ich weiß, wie kulturelle Unterschiede, wie schwer das ist, die zu überwinden und gerade weil ich auch rausgehe und mit den Leuten rede und weiß, dass das nicht so einfach ist. Und dann bringt es meiner Meinung nach auch nichts, das Schön zu reden. Überhaupt nichts. Sowas redet man nicht schön, weil dadurch, dass man es schön redet, übersieht man das Problem und kann es auch nicht lösen. Aber wir wollen das Problem doch eigentlich lösen, oder nicht? Und das verstehe ich halt nie. Ich würde mich da nicht politisch einordnen. Nur es ist definitiv keine gute Idee, einfach unkontrolliert Leute in ein Land zu lassen und wenn die Straftaten begehen, die dann nicht auszuweisen. Das ist keine kluge Strategie für ein Land. Ja? Überhaupt nicht. Gar nicht. Jeder würde da sagen, ey, was ist los mit euch? Und wenn man mal mit ein paar Ausländern spricht, wenn man zum Beispiel mit den Japanern spricht, ich habe den Spaß einfach mal gemacht, ich habe auf Japanisch so ein bisschen gesucht im Internet. Was denken die eigentlich über Europa? Die Ökonomen, japanische Ökonomen und japanische Sozialwissenschaftler, die lachen sich kaputt über uns. Die sagen, das, was die da im Moment mit den Flüchtlingen machen, das kostet die den Kopf. Das ist vollkommener Bullshit, was die da machen. Ja? Es tut nämlich immer mal gut, auch mal in andere Länder zu gucken und zu gucken, was ist so deren Meinung und auch Meinung von Experten und so. Da hat einer gesagt, ein japanischer Star-Ökonom, sage ich mal, der hat gesagt, er war letztens in Schweden, er sagt, es gibt schwedische Vororte, das ist kein Schweden mehr. Das sind irgendwelche anderen Kulturen, die sich da Subkulturen erschaffen haben, sozusagen, und die da jetzt leben in Schweden. Da geht keine schwedische Polizei mehr rein, weil die wissen, die haben da keine Chance, sondern die haben in Schweden ihren eigenen Staat sozusagen aufgebaut, wo deren eigenen Gesetze gelten, weil die Polizei nichts mehr macht. Und das gibt es in Deutschland teilweise auch schon. Das sind dann die sogenannten No-Go-Areas. Und das müssen wir uns als Gesellschaft gut überlegen, ob wir das wollen. Und müssen wir uns auch gut überlegen, wo das hinführt. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich bin mit einer Ausländerin verheiratet, hat sich super integriert in Deutschland, wir wollen nach Japan, ich muss mich in Japan integrieren, die Sprache kann ich schon mal, ja, ich gebe mir Mühe, ich möchte mich integrieren, und dann ist das auch gar kein Problem. Und ich kenne auch voll viele Ausländer hier, die, vor allem voll viele Türken auch, die wollen sich hier integrieren, die haben sich super integriert. Das sind super, super nette Menschen. Mit denen trinke ich gerne einen Kaffee. Super nette Menschen. Aber dann auf der anderen Seite gibt es auch die, die wollen sich nicht integrieren. Ja, und das ist ein Problem, da muss man drüber reden, finde ich, und das sollte man auch nicht kleinreden, und da sollte man auch nicht sagen, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ja, aber du bist ein Rassist oder so, nein, bin ich nicht. Überhaupt nicht. Ich hasse Rassisten. Ich kann mit Rassisten null anfangen. Gar nichts. Ideologisch verseucht für mich. Ne? Trotzdem kann ich das kritisieren. Trotzdem kann ich sagen, dass es keine gute Idee ist, unkontrolliert Leute ins Land zu lassen. Ist nun mal auch keine gute Idee. Sagt dir auch jeder. Jeder Soziologe, der was drauf hat oder so, sagt dir sofort, oder jeder, der sich mit Wertesystemen oder so auskennt, der sagt dir sofort, hm, das ist keine gute Idee. Ihr solltet darüber nachdenken, entweder Grenzen zu schaffen, oder euch irgendwas zu überlegen, wie ihr das ausbalancieren könnt. Denn eine Gesellschaft so zu destabilisieren, ist keine gute Idee. Ja. Na gut. Das war's vom heutigen Podcast. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben ganz viele verschiedene Themen angesprochen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr auf meinen persönlichen Gemütszustand zu sprechen kommen. Da kommen wir dann einfach im nächsten Podcast drüber zu sprechen. Wollte euch nämlich ein bisschen erzählen, was ich in der nächsten Zeit eigentlich so vorhabe, wie das genau läuft mit unserem Japan-Aufenthalt und so, was wir da überhaupt genau machen und so. Wollte ich euch alles erzählen, werde ich euch auch beim nächsten Mal erzählen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.